Wir haben den Wunsch, den Kunden ins Internet zu führen. Egal wann ich ins Netz gehe, ich habe immer den gleichen Tarif. 2,5 Pfennig pro Minute, rund um die Ohre. Bei sekundengenauer Abrechnung. Und keine Extrakosten. Für die Maste des Marktes sind wir einfach im Vergleich zu den anderen das absolut beste Angebot. Das kapiert man auf Anhieb, ja. Das kapiert man auf Anhieb.